ja 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 das habe ich ja gerade gesagt mal hörst meinte dann jemand ist umgefallen oder so okay okay alles klar nächste runde ach wir sind chester ach du meine güte ok ok das kann ja jetzt spannend werden aber ist wir uns eigentlich mal ein bisschen umziehen oder eigentlich müssen wir uns jetzt mal umziehen die map ist scheiße einfach weil du währenddessen die ganze zeit hat angefordert hast wenn du das gesehen hast ich laufe immer gegen eine wand es sieht immer aus als wenn du dadurch das nennt sich übrigens brunnen auf deutsch stück wie kann da eine leiche sein ich stehe gerade bei dir ja ich habe den report bahn der ist weiter rechts ungefähr beim d von kommando britsch wie bespielt wird den lauf bug pass auf ich habe ich habe den lauf bug aktuell der ist wo ganz anders glaube ich nämlich als die leiche wie du bist hinter mir ja das ist richtig und du report ist halt neben mir so das ist und ich habe kein report button ist das ein blog als bank wo liegt der kill der kommando britsch unterhalb dieser task weißt du erinnern für wie alt der sein müsste ja ja hätte ich auch gesagt sieben bis 8 sekunden kommando britsch oder kommando britsch nach stuggies aussage in red room ich war ja nicht einmal in red room ich muss immer die map ausgelaufen ist alles gut ja da habe ich aber niemand aber wir machen sie alle die map auf da du das sicht nicht jeder ja aber ich will das menü sehen ich muss mir eure skins einträgen ich kann ich bin immer noch das bärchen also da kommen nur in frage wenn er vampire ist für den kill weil als ich die hand da auf die auf den generator da gelegt habe ist daloo zwar aus richtung portals mit ging gekommen aber das ist ungefähr ja ich stand nur am eingang von portals also ich bin ebenfalls einmal runter gelaufen wäre wieder hoch gelaufen weil ich halt den dingens gesucht habe im button also ich bin bei den bürger und ich musste mir gerade noch was anziehen mit fleisch bedeckst du dich oder was ist jetzt lady gaga oder wie nee der hat nicht so ein mistelzweig den er dazwischen hat so am ende sondern der hat dann so große salat aber ihr tagt bei euch ja alle hüte ne die seht ihr alle nicht ihr leben nach dem motto hütet euch da musst du das game neu starten nee ihr habt alle einfach standard among us skins nee so läuft das hier nicht so läuft das schoschi kein klatsch daloo ist daloo ist sasic sasic freunde freunde so ok ich freue mich sehr dass daloo mal wieder dabei ist finde ich sehr sehr nice wir laufen jetzt mal ein bisschen rum hier ja ja und mal auf live line wie es aussieht da läuft da lo alle 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 am leben außer faro ne ja eine katze was das für eine tage wo du stehst das ist die auto sabotage die sie liegt in medical und die müsste recht frisch sein ist das der erste kilo der alles der einzige kill ja dann aber dann dann ist relativ frisch trotzdem aber schon knapp ja oder nein ich habe sie es könnte ungefähr hinkommen weil ich hatte sie vor zehn zwölf sekunden dann war ich mit ihr noch an der task in holly wotter also mich schoschi und malöres wir standen im reaktor fix dann bist du weggegangen schoschi von der task vor drei sekunden vier warte von der bei unten ne ich bin auf dem rechten weg zu verlaufen also weiß ich nicht die war bei uns beim fixen ich habe sie zuletzt an der karte gesehen wo du auch standest maggie dann bin ich runter zu euch und ihr wart auf diesem karten umdrehen und dann bin ich medico und da lag sie also ich habe sie zuletzt bei der swipe karte gesehen genau aber wir sind wir sind zusammen wenn du dann die wahrheit sagst ne dann wäre ich raus du wärst raus schoschi wäre raus vivi wäre raus terste und katze auch und malöres wäre raus terste katze auch und carilo möchte ich rausnehmen und terste macht nichts für uns der macht keine tasks ja da haben wir die autosabotage gefixt also sauerstoff ist ihm wichtig terste tötet zwar irgendwie nicht aber er hilft uns auch nicht er hat die wäsche nicht aufgehoben hat uns nicht auf den richtigen kurs gebracht er macht hier nix im haushalt das einzige was er gemacht hat hat er dreimal den wasserkocher an aber er hat nie was rausgenommen ist ganz schlimm also ich habe gerade die sabotage deaktiviert Leute das ist was für die klug ja also terste war mit mir zusammen auf jeden Fall am sabotage fixen und carilo ist highly sass also das ist der letzte der so sass war das ist insane das ist deswegen also du und Terste Lover nee nee ich würde uns tatsächlich ich höre immer meinen Namen der Terste ist way out of my league also ich sag mal so carilo ist es zu 1000% bitte nicht okay also mit dem bitte meinst du erst bitte nicht allgemein bitte nicht bitte nicht bitte nicht so Freunde okay wir sind schon leicht sass ja ähm es ist der Wahnsinn es ist der Wahnsinn Smoky das ist natürlich jetzt schlecht Smoky vielen vielen Dank danke dir Smoky Mann sie war safe ja ich bin hallo Defrix nein bist du sicher da fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Pflasterstein für den Beethoven warst du da nicht gerade in der Trap-Tone standen oder wer war denn das der erste stand in der Trap ja ja also carilo liegt Eingang Medical sie muss also relativ frisch sein drei vier Sekunden Kajoken gerade her nee Eingang wo Eingang Medical ja oben Eingang an dieser unten unten an diese an diese Kante ich habe da aber nichts gesehen und ich bin da gerade raus genau du bist gerade also ich glaube auch nicht dass ein Killer sagen würde ich habe da einen Kill gemacht und bin da raus eben das Witzige ist ich habe euch beim Reaktor zurückgelassen beim Pan-Pachi-Pachi bin zu Medic an die Lifeline da war sie schon tot und benutze sie gerade wieder raus das war mir zu künftig darf ich übrigens mal sagen ich bin sehr genervt auch immer ein Imposter ist ich verfluch dich für die ganzen Reaktor-Calls ja das ist aber eine ziemlich schlimme Reaktion auf diesen Reaktor also ich kann auf jeden Fall mal Leris ausnehmen ich habe gewartet dass sie von alleine aufgehen ja ja aber Stugi wir standen ja fast nebeneinander hast du einen Report-Button gehabt? nein also ich stehe jetzt genau Stugi erfindet Report-Buttons ja schon seit Runde 1 also ich stehe Stugi hat wieder gemoonwalkt der konnte ich reporten auf der Tür zwischen Medic und Hall-Repotten ich hatte auch nichts aber das war doch jetzt der Bait sondern ein Bot aber kurze Frage zum Trap-Stalu standst du da auch noch mit in der Trap-Stalu? ne da sind drei Leute reingekommen die standen da drin ich bin davor stehen geblieben und hab mal die Leute gezählt ich weiß wer drin ist oder wer war aber sollen wir das sagen? nur noch irgendjemand ne vorher waren noch zwei andere drin für den Trapper würde ich's schon sagen also ich bin aber nicht die Imposter-Rolle strange 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 trapp-Info also der Bestandwüste, Malheuris und Katze noch ah ok ich krieg'n Vote wer votet mich? ich bin safe wer votet mich von Terse nachdem er den Call macht ist aber auch wild ich bin aber nicht die Imposter-Rolle in der Info so aber man kriegt kaum Luft durch die Scheiße hier so ich hab auf jeden Fall eine Clowns-Nase auf hello there starker Button oh nein ist Trickster denn gut? also können wir da mit was anfangen? Eingang Medic kannst du gerne wenn anderen verscheißen aber da liegt nicht Eingang Medic hast du einen Verdacht auf wer der Trickster ist? ich würd's riskieren naja ich call's jetzt einfach also wir haben auch Bounty Hunter der erste Kill war Bounty Hunter der Kill an Teezy war Darker Color und der Ahn Karilo war Darker Color und ich bin mir sehr sicher dass Maggie letzte Runde einfach ein Beet erwischt hat das Maggie mehr konnte ich auch nicht für dich tun ja also ich weiß nicht das 1x1 war zu viel für Kaioken also was soll ich dazu noch sagen ich hab alles versucht ich will nur auch nur ganz kurz sagen Malheuris war Engineer wenn jetzt irgendjemand wendet ist er böse direkt wendet einfach aus Prinzip auch wenn ich Seher bin ich fall jetzt einfach in den Wendel Moment aber Moment es geht ja Trickster Call auf die 3 die vorher in der Falle waren ist das die Trap? nee nee ich hab nur mein Trickster ist drin weil es Licht ausgeht es war gerade Trickster Box ja Trickster Box ja ich dachte du hast mehr Info und die Science Department liegt halt die Trickster Box auch bei dem Tuka ja das bringt uns ja nichts wir müssen wen mördern sorry welche ja eben eben ja gut fangen wir mit Smegi an nein Smegi ist es nicht Smegi gefehlt Leute du kannst sie skippen aber doch habe ich ich hab geskippt ich hab Kaioken gevotet ich bin mir da sicher dass ich den Skipp-Button getroffen habe ja aber Kaioken war ja offensichtlich Crewmade ja aber ich hätte keine Ahnung wen ich jetzt voten sollte hä? das verstehe ich Kaioken war Trickster ich hab sie gerade gegessen ey Dallus das war der Trickster bleib nicht mehr so viel danke Callas wen habt ihr gewohnt ist? also ich bin ja safe also ich bin ja safe ja es ist Terse wahrscheinlich aber ja genau genau ja nee ich hab's von Anfang an gekocht Dallu du bist auch sass der hat nichts für die Crew getan ja Sheriff Down Sheriff Down aber der neue Sheriff kommt jetzt und ich bring den echten Tricks da oben gut au die Runde geht weiter huch ja feine knappes Ding knappes Ding ne ähm wir verziehen uns mal na ja ja einfach überleben Leute ne einfach ein bisschen überleben ja ja oh da ist der Kill jetzt wirst du mal gucken was wir die Leiche finden ja ahaha au zwei sogar tot einer liegt oben rechts aber der andere ist super frisch ähm also wir wissen ja alle dass ich äh Crewmate bin ne woher bei Vivi geh ich davon aus ja Moment wie woher hä woher denn weil ich hab schon mehrfach meine Rolle gecallt wenn du nicht aufgepasst hast genau hast du hast du der Trapper ne ich denke ne ich bin nicht der Trapper wie der Jakaris ne denk ich auch Dalu hä Dalu seid ihr beide böse kein Kommentar keine Fragen wir beantworten keine Fragen ne wirklich dann sagts dann lass ich euch ein Eins gegen Eins machen wir beantworten keine Fragen oder hat Dalu mich hier wieder eingekauft jetzt nein ich wollte eigentlich wen umbringen aber die Person ist schon tot und dann bin ich weitergezogen und wollte random auf wen schießen aber du warst einen Meter zu weit weg ich bin wieso wolltest du schießen weil ich der Sheriff bin und ich war mir 100% sicher dass Shoshi ein Killer ist und ich lag tot aber Dalu du kamst doch erste Runde von der Leiche hergelaufen ich kam jede Runde von der Leiche mein Kollege nichts am machen was willst du tun Baby hä was oh man jetzt ihr macht mich verrückt das sieht schlecht aus für mich ich muss was erzählen ich bin gut klar okay pass auf Dalu ich habe Herste gewotet so jetzt hab das also Terz wenn du wirklich gut bist kurz aufgab wenn du böse bist musst du mich voten damit ihr ein 1 gegen 1 machen könnt hat er jetzt echt mich gewotet ja ach du scheiße ihr macht mich gerade komplett fertig ich weiß nicht wer es ist und oh man ich könnte gießen aber ich kenne eure Rollen nicht ja ah Baby dann vote einfach Baby dann vote mich einfach ja ich habe mir das gedacht sagt er Dalu ja ich wusste sie ist eingekauft wieder Dalu ist böse safe okay ich wurde reingelegt 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 wieder komm mach Fanny jetzt Maret bringe es zu Ende ja 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 sehr gut ja 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 stark warum hat der Sheriff genau so einen hohen Cooldown wie die Imposter ich finde es unfair du konntest noch key ja ich habe gerade die ganze Zeit gewartet stark starkes Play aber ich hätte tatsächlich Terz jetzt im Moment erschossen weil ich gedacht habe du wärst Chester ey wär ich nicht geflogen Terz ey Dalu ich hätte die so in den Arsch geschossen ey Dalu ich war Bounty Hunter ich bin Bounty Hunter wer ist mein Ziel Faru Faru läuft die ganze Zeit mit mir mit okay guter Rundenstart sehr gut ja das war nice hab nicht getrackt gehabt ja Freunde an der Stelle hallo YouTube ne Freunde wenn euch die Runde gefallen hat lasst gerne mal ein Follow da auf YouTube würde ich mich sehr sehr freuen und checkt mal gerne den neuen YouTube Channel aus okay Jungen ist das geil geil ne hava